Ja, moin. Nachtschießen ist heute angesagt bei den Archers. Und langsam füllt sich das alles hier. Ja, schieb dich mal warm. Hast du Grüne, Klaus? Ich schieße Grün-Rot, ja. Werder, weißt du ja. Bist du mit drin? Ja. Bist du mit drin? Dann wissen wir halt noch nicht mal, dass sie trächtig ist. Dann haben die Peruken die Achsehaufgaben. Nee, nee, nee. In Lampagen gibt's Essen? Nach dem Schießen. Wenn das Essen da ist. Halt! Lauf, Peter. Wir machen Vierergruppen. Nein, Vierer. Nein, Vierer. Nö. Ich will aber mit Demo, Demo, Demo zurück schießen. Ja, dann hast du Pech gehabt. Vierergruppen. Dann gleich kommt einer von der Gruppe im Teer. Dann sag ich euch, welche Nummer ihr startet. Ja, und dann, äh... Nein? Wir müssen ja noch hinlaufen. 18.15 Uhr fangen wir an zu schießen. Klaus, ne? Du machst den nur noch Feinde. So, habt ihr Gruppen? Ja, habt ihr. Ja, haben wir. Nö, die haben wir nicht. Habt ihr Gruppen? So, 18 Uhr, geht los. Wir laufen jetzt rein in den Parcours. Da hat ich mich hingekrabt. Ehrlich? Haha. Das hat er so gekriegt. Haha. Nelsen. Haha. Wir müssen noch auf Rüdiger warten, dass er seinen Bogen vergessen hat. Haha. Wenn du das von unten dran gestellt hast, ne? Ja. Leuchtet gut aus. Mit der Lampe, ne? Ja, kann man gut sehen. Ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten. Ziel 5 fangen wir an. Genau. Ne? Ja. Und gut, dass Olaf eine gute Lampe dabei hat. Genau. Und das könnte sein, dass es dunkel wird. Es ist dunkel. Ja, sehr gut. So, Stockduster. Wir wollen im ganz Dunkel schießen. Gänse im Dunkel. Das ist natürlich Extremo, ne? Ja. Da siehst du nichts mehr von, ey. Ich ziehe hier nur noch ein paar Leuchtnocken. Nicht an Leucht. Nicht an Leucht. Nein? Alter Treffer! Alter! Ja! Alter Treffer! Alter Treffer! Alter Treffer! Alter Treffer! Alter Treffer! Alter Treffer! Das war jetzt der Start. Ja. Der erste ist beschnitten worden jetzt. Alter Treffer! Oh, das ist doch das Hammer. Du siehst da nichts mehr von, ey. Ich hab gedacht, dass der Lehrer. Ja, ich hätte es auch gedacht, aber nun. Das ist auch so hell da von den scheiß Leuchtenocken. Da siehst du nicht mehr das Ziel, die Umrisse. Ich glaub, der erste hat am besten Chancen. Mal gucken, ob ich einigermaßen runterkomme. Mach mal einmal Licht an, bitte. Hast du eine Tasche an, bitte? Ja. Dass wir das einmal sehen, was wir da getroffen haben. Ja, Wahnsinn. 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 Geil. Ja, oben da noch die Kante. Boah. Schieß du gleich hier nachher. Ja, sauber. Was? Ja. Das wird dann was passendes dabei. Der erste, der... Ja, das ist ja echt super easy. Ich glaub, das kann. Boah, Dampf ohne Ende. Ja, glaub ich. Vielleicht haben wir das Posten. Perfekt. So, also wenn ich das ausgedacht habe, mal im Dunkeln zu schießen, der hat eine gute Idee gehabt, ne? Ja. Muss ich sagen. Die ganzen Kopflampen hier am Leuchten. Keiner sieht mehr was. Ja. Egal. Hallo. Diese Stimme aus dem Dunkeln. Tatsächlich echt. Im Dunkeln schießen wir echt besser wie im Hellen. Headshot. Sauber. Wo ist er denn? Den willst du zuerst? Den Linken. Das ist ja verrückt. Alter, das sind aber auch Aale, ne? Mhm. Die wackeln wie verrückt. Ja. Geil. Und dazu noch ein Bomben Wetter. Alter, dieser Bär. Ja. Wow. Der ist sauber. Ja, beim Bären ist sowieso schon Auflauf, da stehen schon zwei Gruppen. Ach, ey. Den kriegen wir auch noch weiter. Wie süß. Wie süß. Wer leuchtet denn schon wieder mit der Lampe? Ich will doch ganz kurz auch mal anleuchten, oder halb anleuchten. Ja, es reicht. Wenig aufgekommen. Du kannst auch noch ein Stück noch da gehen. Stopp. Das reicht. Lampe weg. Du alter Angeber. Du alter Angeber. Lass das reicht. Und ich sag noch Werner. Werner reicht. Ja. Jawoll. Du Angeber. Lass das zu mir. Das ist auch ein Kill, ne Heiko? Ja. Bei beiden. Ja. Ich hab noch nie die Bären getroffen. Alter. Und jetzt, ich sag ja, die schießen nachts besser als. Die kommen nur noch nachts wieder. Nacht besser als im Socken. Alter. Nur weil Michael so gut leuchtet. Der Druck steigt ins Unermessliche. Ja, weil Michael seine Lampe macht das. Weil ich es euch zack hell mache. Ja, ja, ja. Welchen nehme ich denn jetzt? Scheiß. Egal, ne? Noch zu kurz. Einen hab ich noch. Machen wir nochmal zwei Meter drauf. Na, machen wir nochmal zwei Meter. Ja. Ja, vier und drei Stunden. Kann man ja eigentlich nicht mit schießen, oder? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Oh, guck mal. Fast vom Baum in. Wo das Licht ist. Leuchtet doch extra hin. Das war zu hoch. Ah, jetzt haben wir auch die roten Nocken. Na, war zu kurz? Da sind da rote Nocken. Ich will grad hingeschossen werden, oder? Das ist gelb. Das ist gelb. Ich zeig dir gleich mal, was rote ist. Aber ihr findet's gut wieder. Wenn einer hier übernehmen, dann zeig ich euch mal rote. Du hast auch gar keine Nocken dran. Natürlich. Die kannst du gut sehen. Ja, aber nicht, dass die unter die Erde schießt. Dann sehen wir die nicht mehr. Guck mal, jetzt macht er die Dinger gleich an. Ey, da guckt gleich im Maulwurf raus und schreit weg. Zu kurz, ne? Ja. Du, du musst nur 10 Meter länger. Genau. Das war der Plan. Ein bisschen nackler. Ah, dein Fuß. Genau. Die grüne und die blaue sitzen dran, wo die Ampel steht. Die grüne und die blaue? Der blaue ist der Bär. Der blaue ist der Bär, okay. Der blaue ist der Bär und der grün ist der Eber. Der Eber, ja. Und das ist hellblau. Ja! Sehr gut. Der sitzt sogar. Der ist auch sehr gut. Das war auch um mehr zu schätzen. Ja, natürlich. Ist doch alles hier. Ich wollte ja auch blaue Nucken haben. Aber hier habe ich wieder Stellung verklickt. So, wie ich das mal gehabt habe. Ich denke, oh da, grün. Und dann wurde irgendwie verklickt. Und dann habe ich die euren blinkenden Ding umgekriegt. Oh! Die habe ich nach dem ersten Schießen so entsorgt. Einer geht noch. Das vom Geräusch ist er nach hinten gekommen. Ja. Ich glaube, der sitzt. Nee, ich hab... Ist der Heikeblebi? Ja, der ist Heikeblebi. Ja. Schade. Das erste Mal gut geschossen, aber keinen Kill erwischt. Oh Basti, die sitzen noch ganz anständig. Alter, hast du mal einen Kill gesehen da? Ist kein Kill, du Blindgänger. Das ist kein Kill, du blindgänger. Das ist kein Kill. So, Stockduster. Nachtschießen ist zu Ende. Runde ist durch. Jetzt gibt's. Grünkohl. Nö. Der ist kein Grünkohl. Der wäre anders. Hörst du? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Alles gut gelaufen? Nix ist kaputt gegangen. Und den BM... Ach, geil. Wir müssen mischen. Ich hatte beides neben. Boah. Ja, oder? Und dann gab's einen Neuen. Hey! Du kommst nicht wieder. Hör auf. Hör auf. Keine Ahnung. Drei Ziele haben auch auf sich stehen. Oh, guck mal. Hä? Hör auf. 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 Hast du das Essen drauf? Dass es die Kamera vorne beschleift hat? So warm ist. Guck mal, kaum ist Essen auf dem Tisch, ist alle ruhig. Ja. Dann kommt da Körschstoff rein. Ich bin jetzt noch ein Zehn verabredet. Ja, die haben gesagt, ich soll es früher.